Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, die AfD-Fraktion bezweifelt die Beschlussfähigkeit der Sitzung nach gemäß § 45 der Geschäftsordnung und bittet um sofortige Überprüfung. Gut, wir haben für diesen Fall Regeln und diese Regeln halten wir an dieser Stelle ein. So, da hier vorn durch den Sitzungsvorstand die Anzahl der Abgeordneten zur Feststellung der Beschlussfähigkeit in dieser Weise nicht festzustellen ist, bitte ich jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, den Saal zu verlassen. Wir kommen zum Hammelsprung, welcher gleichzeitig der Feststellung der Beschlussfähigkeit dient. Es kommt also für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, und in dieser Legislatur hatten wir meines Wissens diese Situation noch nicht, § 51 unserer Geschäftsordnung entsprechend zur Anwendung.